wisst ihr was das hier in meiner hand ist ein smartphone logisch klar aber es ist auch ein virtuelles flug ticket wenn ihr so wollt wenn ihr es so nutzen wollt ich war heute damit schon in los angeles in san francisco habe auf den pazifik geguckt bin über die golden gate bridge rüber nach sausalito wunderschöne strecke und von sausalito kann man wunderbar nach san francisco gucken ich war in new york am times square ich war aber auch schon in kapstadt und habe mir da die waterfront angeschaut ich war in sydney auch die waterfront sydney harbour bridge oder sydney opera house dann war ich aber auch in berlin brüssel in london paris und einigen städten mehr alles hier von diesem sessel aus und ohne co2 auszustoßen und ihr ahnt es schon ich war natürlich mit google street view dort und habe mich dort umgeschaut mache ich immer wieder mal weil ich gebe es wirklich zu google street view ist eine wunderbare sache um die welt zu bereisen natürlich virtuell um mal ganz konkret zu gucken wo ist ein hotel oder wie sieht eine gegend aus dafür ist google street view super geeignet um sich zu orientieren und vieles andere mehr aber vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen in deutschland sind die aufnahmen wirklich furchtbar alt 10 11 12 13 jahre alt teilweise und das hat natürlich dann naja macht nicht so viel spaß jedenfalls wenn man sich eine stadt anguckt die vor 13 wie sie vor 13 jahren ausgesehen hat hier zum beispiel düsseldorf die stadt düsseldorf der stadtkern oben seht ihr die street view ansicht und darunter wie es in der realität aussieht da ist ein riesengroßer unterschied ich habe das extra mal festgehalten damit ihr das seht die street view ansicht ist 13 jahre alt und seitdem hat sich im stadtbild natürlich eine ganze menge getan also street view sucks könnte man sagen macht keine richtige freude aber die gute nachricht ist google hat jetzt wieder angefangen auch in deutschland aufnahmen zu machen warum in deutschland so lange pausiert wurde warum in anderen ländern durchgängig gute aufnahmen gemacht wurden warum jetzt wieder google autos unterwegs sind und aufnahmen machen was das alles auch mit datenschutz zu tun hat und was das für uns bedeutet das ist thema in dieser folge vom netzkenner und jetzt geht's auch schon los herzlich willkommen schön dass ihr wieder hier seid beim netzkenner mein name ist jörg schieb und ich bin der netzkenner zumindest betreibe ich diesen kanal und wie ihr wisst bekommt ihr hier immer schöne hintergrundinformationen interessante hintergrundinformationen rund ums tage mal digitalisierung und heute beschäftige ich mich hier mit google street view google street view gibt schon seit 2007 in den usa in einigen us-städten begonnen natürlich san francisco new york los angeles und naja die ersten aufnahmen haben für viele furore gesorgt weil damals waren solche panorama ansichten noch nicht so weit verbreitet ihr wisst ja wenn ihr mit google street view euch an irgendeinen ort der welt begebt dann könnt ihr euch dort wirklich im wahrsten sinne des wortes umschauen nach links nach rechts nach oben nach unten ranzoomen und es ist fast so ein bisschen so als wäre man da und für alle die noch nicht genau wissen was street view eigentlich ist und warum die gestoppt haben in deutschland aufnahmen zu machen hier erstmal einen ersten überblick für euch new york paris london ist schon praktisch dieses google street view einfach in google maps das gelbe männlein angetippt schon kann ich mich fast überall auf der welt virtuell umschauen also wirklich umschauen in alle richtungen nämlich ideal um nachzugucken in welcher umgebung sich ein hotel befindet möglich machen dass solche spezialautos mit kameras auf dem dach die fahren durch die straßen und machen fotoaufnahmen und das bereits seit über 15 jahren angefangen hat google mit einigen amerikanischen großstädten klar mittlerweile ist aber nahezu die komplette welt durch google street view abgedeckt was aber definitiv auffällt ist die aufnahmen aus dem ausland sind in der regel ziemlich aktuell die aufnahmen aus deutschland aber teilweise 13 jahre alt und älter also sehr betagt mit der realität hat das teilweise nichts mehr zu tun wie hier zum beispiel das stadtbild von düsseldorf oben street view unten die realität der grund ist ganz einfach im ausland hat google immer wieder neue aufnahmen gemacht und online aktualisiert hier bietet street view sogar eine zeitkapselfunktion user können sehen wie sich ein ort im laufe der zeit verändert hat in deutschland geht das aber nicht denn viele deutsche sind skeptisch und befürchten google könnte in die wohnungen spionieren wenn man natürlich betroffen ist dass man gerade von seiner straße merkt dass da werden bilder gemacht werden dann hat man natürlich auch wieder so ein komisches gefühl sagt jeder guckt mir so ins fenster niemand guckt ins fenster aber aufgrund solcher bedenken hagelte es bei der einführung von google street view 2010 formale widersprüche so viele wie in keinem anderen land der welt das ergebnis solche ansichten verpixelte fassaden das sieht nicht nur blöd aus sondern bedeutet für google auch einen enormen aufwand deshalb gab es in deutschland seit 13 jahren keine neuen aufnahmen mehr doch jetzt fahren sie wieder auf deutschen straßen die google autos und machen neue aufnahmen also ich persönlich freue mich dass google wieder aufnahmen in deutschland macht um street view zu aktualisieren google spekuliert wohl darauf dass sich die zeiten geändert haben und heute weniger menschen bedenken haben und widerspruch einlegen was wichtig ist zu wissen die deutschen sind weltmeister in der nutzung von google street view schauen sich also gerne überall in der welt um aber gleichzeitig gibt es nirgendwo derart viele verpixelte häuser wie bei uns das ist schon einigermaßen absurd wer unbedingt widersprechen will der kann das in einem online formular für die neuen aufnahmen machen auch jetzt schon oder per e mail ein alter widerspruch von früher gilt jedoch nicht mehr so das sind schon mal die ersten wichtigen fakten also seit 2007 gibt es den dienst als ergänzung zu google maps seit 2010 gibt es google street view auch in deutschland oder beziehungsweise gibt es deutschland in google street view und ja als es in deutschland gestartet ist hat es eine menge probleme und schwierigkeiten gegeben diskussionen die dafür gibt es viele gründe unter anderem hat damals die verbraucherschutzministerin hilse aigner gegen google street view gewettert und gemeint das wäre ein unding dass hier ein konzern mit autos durch die stadt straßen fährt durch die städte fährt und aufnahmen macht und diese aufnahmen online stellt und die deutschen waren da leicht einzufangen und es hat wirklich viele 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 diskussionen gegeben und auch proteste gegen google street view fun fact ist folgender ich habe es ja schon angedeutet die deutschen sind weltmeister in der nutzung von google street view also gucken gerne wie es woanders aussieht und machen das häufig intensiv und mehr als alle anderen völker gleichzeitig sind die deutschen aber diejenigen die gerne dann die rollladen runter lassen wenn andere gucken wollen wie es in deutschland aussieht natürlich nicht alle also ich verallgemeine alles jetzt ein bisschen aber die deutschen nutzen es so intensiv wie kein anderes volk google street view gleichzeitig hat es nirgendwo auf der welt auch nur ansatzweise so viele bedenken proteste und widersprüche gegeben wie in deutschland offizielle zahlen gibt es nicht aber man schätzt dass es ungefähr 250.000 widersprüche gewesen sind die 2010 11 so eingegangen sind und die google bearbeiten musste und das ist ja schon eine menge aufwand man muss gucken wer ist denn da eigentlich derjenige der widerspruch einlegt hat er ein recht dazu diesen widerspruch einzulegen dann müssen die menschen bei google hingehen und dann die entsprechende fassade raussuchen aus den aufnahmen und die verpixeln das geht nicht vollautomatisch das muss man schon auch manuell machen denn teilweise sind ja nicht ganze häuser verpixelt worden sondern nur einzelne etagen also eine menge aufwand gar keine frage das ergebnis seht ihr ja hier so sieht das aus diese pixel wände in den straßen das sieht nicht richtig cool aus das sieht nicht gut aus das macht keinen spaß wenn man sich so eine straßenansicht anschaut das ist ja gar keine frage aber was hat google jetzt motiviert wieder fahrzeuge durch deutschland zu schicken um neue aufnahmen zu machen nach über elf zwölf jahren pause google selbst hat dazu jetzt keine pressemeldung rausgegeben also sich nicht offiziell erklärt was die gründe sind aber ich denke es gibt zwei gute motivationen und mögliche gründe für google der eine look around von apple ist ein vergleichbarer dienst der jahre später gestartet wurde und der ziemlich gut gemacht ist muss man sagen und deswegen auch sehr populär ist mit sehr guten fotoaufnahmen gute qualität und die gibt es auch in deutschland dieses look around und das ist eine sache dass man sicher als google nicht hinter apple hinterher hinken möchte und ein anderer grund und den halte ich für noch viel plausibler und wichtiger geld verdienen google verdient ja geld natürlich damit mit google maps und zwar nicht zu knapp warum und wann dann wenn geschäftstreibende also restaurantbesitzer barbesitzer lokalbesitzer geschäfte hotels und 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 auf google maps anzeigen schalten und das macht man dann wenn man sich mehr kunden verspricht und mehr kunden kriegt man dann wenn die anzeige gut ist für das angebot gut ist und wenn man dann auf google maps auch was sieht was einen motiviert zu kommen wenn ich jetzt ein restaurant habe das habe ich aufwendig modernisiert und renoviert und da ein jahr energie und geld investiert und möchte dass die leute kommen sich auf die schicke terrasse setzen und die karte rauf und runter futtern und die gucken dann bei google street view und sehen dann eine alte absteige ein abgeranztes haus oder da ist alles verpixelt dann macht das kein spaß und dann motiviert einen das natürlich nicht zu kommen und das ist glaube ich der springende punkt die aufnahmen sind alt sind verpixelt und das ist keine gute wohnung kein gutes umfeld kein gutes werbeumfeld das heißt es werden sicher weniger anzeigen geschaltet und wenn sie geschaltet werden wird weniger dafür gezahlt als gezahlt werden könnte und das hat sicherlich dazu geführt dass google gesagt hat okay wir hören auf mit unserer pause in deutschland als einziges land der welt und machen wieder aufnahmen auch in deutschland denn hier wollen wir geld verdienen wenn ihr bei google arbeitet und es gibt noch einen anderen grund verratet es mir gerne was der grund gewesen ist da bin ich wirklich sehr neugierig also fahren jetzt wieder fahrzeuge durch deutschland um endlich wieder neue aufnahmen zu machen das ist eine gute nachricht finde ich denn diese 10 11 12 13 jahren alten aufnahmen machen eben in deutschland keinen richtigen spaß man kann es nicht aufholen was google in den anderen ländern gemacht hat in den letzten 10 12 jahren hat google in praktisch allen ländern dieser welt immer wieder jedes jahr alle zwei spätestens neue aufnahmen gemacht und so kann man sich nicht nur anschauen wie sich das entwickelt hat in den verschiedenen straßen und orten teilweise sogar in der natur denn google hat nicht nur von straßen street view aufnahmen gemacht sondern durchaus auch von der natur von sehenswürdigkeiten google hat nämlich solche rucksäcke am start wie ihr sie hier seht die können sich dann mitarbeiter auf umschnallen und damit dann auch unwegbares gelände erkunden und auch dort dann aufnahmen machen und die kann man sich dann auch anschauen teilweise gibt es aber auch bei google street view aufnahmen panorama aufnahmen von drinnen von malls von geschäften von museen von von großen hallen und so weiter das machen dann teilweise die veranstalter selber und stellen diese bilder online also ist ein ganz breites konzept und man kann sich überall umschauen das ist die idee dahinter jetzt aber 13 jahre pause in deutschland jetzt geht es wieder los jetzt geht es aber auch wieder los mit den protesten die fahrzeuge fahren von juni bis oktober so ist es geplant über deutsche straßen man kann auf der webseite hier nachgucken wann wo nicht ganz genau aber doch zumindest grob teilweise wurden die aufnahmen aber auch schon gemacht und jetzt geht die diskussion wieder los dürfen die das wollen wir das und muss ganz klar zu sagen dazu habe ich eine haltung jetzt und die hatte ich auch schon vor 13 jahren ich bin wirklich für datenschutz gar keine frage wir sollten darauf achten dass große konzerne keine daten von uns haben aber häuser fassaden sind keine daten häuser fassaden sind häuser fassaden und die haben nichts mit privatsphäre zu tun wirklich nicht ich habe diese hysterie nie verstanden ich nenne es bewusst hysterie ich habe diese hysterie nie verstanden warum man sich dagegen wehrt und ich bin auch eigentümer eines eines einer wohnung einer immobilie und habe es nie verstanden warum was einen daran stören kann dass aufnahmen gemacht werden die dann bei google street view zu sehen sind dass man sich vielleicht unwohl fühlt also ein gefühl vielleicht ja noch das kann ich vielleicht noch verstehen wenn es ein schickes haus ist zum beispiel vielleicht aber es ist nur ein gefühl was sind die guten argumente frage ich was sind konkrete argumente rationale argumente die man rational verarbeitet und dann um dann zu entscheiden nein ich möchte das nicht das würde mich wirklich interessieren wenn ihr rationale argumente habt oder überhaupt gründe habt warum ihr findet dass google diese aufnahmen nicht machen sollte von euren wohnungen häuser fassaden dann schreibt das bitte gerne in die kommentare da bin ich super neugierig da gute argumente zu hören bislang habe ich aber keine guten argumente gehört also die gefühle werden geäußert ja dann wird auch oft gesagt ich möchte es einfach nicht es möchte nicht dass mein eigentum fotografiert wird okay fair enough wenn ich nicht möchte dass mein auto fotografiert wird dann muss ich es in der garage verstecken wenn ich aber schon auf der straße mein auto parke kann ich nicht verhindern dass es jemand fotografiert es ist nämlich nicht verboten es ist nicht verboten es ist nicht verboten fremdes eigentum zu fotografieren es ist erlaubt wenn es in der öffentlichkeit steht und natürlich ist es auch erlaubt in deutschland sogar ganz besonders es gibt nämlich die sogenannte panorama freiheit die sagt ich darf jederzeit als fußgänger in einem öffentlichen raum alles fotografieren was ich sehe ohne leiter ohne hilfsmittel aber was ich sehe darf ich fotografieren und da gibt es auch kein urheberrecht also ich darf auch skulpturen fotografieren ohne dass irgendeine lizenz gezahlt werden muss ich darf diese fotografien auch drucken veröffentlichen publizieren das ist die panorama freiheit meine hausfassade gehört mir zwar aber ich habe keinen anspruch darauf zu sagen guckt nicht hin schaut euch das nicht an fotografiert es nicht meiner ansicht nach mein haus meine hausfassade gehört zum straßenbild zum stadtteil zur stadt zur ansicht ich liefere also quasi einen anteil oder ich stelle etwas zur verfügung das alle sehen können das gehört mir zwar aber trotzdem darf es jeder sehen ich finde nicht dass man dass man einen anspruch erheben kann da nicht hin zu gucken da keine fotos zu machen der stadtteil die stadt ansicht gehört jedem es ist ja auch nicht erlaubt jedenfalls würde das die bauaufsicht in der regel nicht erlauben einen 13 meter hohen zaun zu bauen damit man nicht reingucken kann da gibt es ja nun auch einschränkungen aber das ist meine persönliche ansicht ich finde es nicht nachvollziehbar fast schon unanständig wenn man sagt ich finde es nicht nachvollziehbar wenn man sagt ich möchte nicht dass meine hausfassade fotografiert wird erst recht nicht wenn man mieter ist das gibt es ja auch also mieter können auch sagen ich möchte nicht dass meine wohnung zu sehen ist damit es richtig kompliziert für google da müssen die gucken in welcher etage ist denn die wohnung müssen dann den entsprechenden bereich heraus blören und dann wird es besonders krass wenn so ein mieter wieder rausgeht aus der wohnung und der nächste mieter hat vielleicht gar nichts dagegen bleibt trotzdem alles geblurrt du kannst auch sagen hier guck mal bei street view kannst du sehen wo ich wohne aber es ist geblurrt warum hast du es dem blören lassen war ich gar nicht war der vormieter aber es wird nicht wieder entblurrt weil der aufwand wäre wirklich gigantisch also es gibt eine menge verrückte konsequenzen dadurch wenn man so etwas macht aber es eine sehr emotional geführte debatte und typisch deutsch muss man sagen es ist typisch deutsch zu sagen es geht keinem was an das darf keiner sehen diese diskussion wird wahrscheinlich nie zu ende gehen aber ich habe das gefühl dass es nicht mehr ganz so krass ist wie zwei wie vor 13 jahren ja es ist sicher etwas entspannter geworden weil wir haben uns alle daran gewöhnt an digitalisierung und ganz ehrlich wenn jemand jedes essen fotografiert und bei instagram oder sonst wo postet wieso soll man bitte nicht dann sehen wo derjenige wohnt es macht mir das macht für mich einfach keinen sinn wie gesagt datenschutz ist mir wirklich wichtig darüber sich gedanken zu machen welche daten hat google eigentlich von mir welche werden gespeichert ausgewertet welche schlüsse werden daraus gezogen da sich darum zu kümmern und dagegen etwas zu unternehmen und dagegen zu sein und dagegen zu protestieren und dafür zu sorgen dass da weniger daten landen kann ich sofort verstehen unterschreibe ich unterstütze ich auch aber etwas was der gemeinschaft meiner ansicht nach gehört nämlich die straßen ansicht so wie die straße aussieht und wir reden ja nicht vom privatpool oder von der privaterrasse das verstehe ich wirklich nicht wie man sich dagegen wehren kann aber die diskussion geht jetzt eben wieder los und man kann auch in der tat habe ich ja auch schon erwähnt widerspruch einlegen wenn man das möchte die adresse habe ich euch selbstverständlich verlinkt man kann vorab schon einen antrag stellen und dann wieder ruf formulieren man kann es auch machen wenn das bild erschienen ist dann muss google halt nachträglich noch mal ran das geht selbstverständlich weil das bei uns geltendes recht ist aber noch mal erwähnt wie seht ihr das legt ihr widerspruch ein habt ihr verständnis dafür habt ihr kein verständnis dafür schreibt das gerne in die kommentare da bin ich sehr gespannt welche argumente ihr habt und wie ihr das seht google hat übrigens vorher gefragt in deutschland ein stimmungsbild aufgenommen könnte man sagen wie findet ihr wie finden sie google streetview und weit über 90 prozent der deutschen haben gesagt wir finden das ist ein sehr nützlicher und praktischer dienst und waren eher positiv und und so dass man sagen kann dass die stimmung sich in den letzten 13 jahren wohl dann doch verändert hat und dass mehr menschen diesen dienst zu schätzen wissen und so dass google wahrscheinlich auch davon ausgeht dass diese hohe zahl an widersprüchen wie damals nicht wieder kommen wird auch wichtig zu wissen wenn ihr zu denen gehört die gerne widersprechen wollen ein bereits erfolgter widerspruch ist nicht automatisch für die neuen aufnahmen gültig ihr müsst also auch für diese neuen aufnahmen erneut widersprechen und das hat formale gründe also unter anderem auch weil sich besitzer eigentumsverhältnisse mietverhältnisse und so weiter geändert haben können es ist ein erneuter widerspruch erforderlich das sagt google ausdrücklich auf der webseite und informiert auch entsprechend darüber so das war's zum thema google streetview und das wieder autos über deutsche straßen rollen mit kamera oben drauf montiert und panorama aufnahmen machen ich bin gespannt ob diese aufnahmen eine bessere qualität haben ich denke mal als 2013 und wie die diskussionen weitergehen ob die menschen das mehrheitlich nutzen oder viele widersprechen oder nicht widersprechen ich traue mir da ganz ehrlich gesagt gerade kein urteil zu ich danke euch aber fürs zuschauen ganz klar fürs kommentieren und wenn es euch gefällt nicht vergessen lasst mir ein like und ein abo da da freue ich mich natürlich ganz besonders und ich verspreche auch wieder mehr videos zu machen damit da wieder mehr regelmäßig und regelmäßigkeit und zukunft reinkommt ganz dolle versprochen danke fürs zuschauen bis demnächst und tschüss